Habt ihr das mitbekommen, dass die sieben der reichsten, also nur sieben der reichsten, durch den ersten Shutdown, weil die wussten, dass die Aktienkurse fallen werden und sie haben auf fallende Aktienkurse gesetzt und haben damit ein bisschen Geld verdient. Immer gut, wenn man weiß, was kommt, gell? Also wenn wir das mal zusammenrechnen, ich mache das Bild gleich unten rein, das sind Zahlen, die sind aber allerdings vom Juli, das sind im Gesamten 219 Milliarden, nur die sieben, da gibt es ja noch andere Hunderte, die da mitgespielt haben. Also der Boss von Amazon 76 Milliarden, Bill Gates 16 Milliarden, also durch fallende Aktienkurse. Mike Zuckerberg 42 Milliarden, Warren Buffett 12, Larry Ellison, kenne ich gar nicht, 12, Steve Ballmer 18 und Elon Musk 43 Milliarden. Also die wussten, was da kommt und haben rechtzeitig aufs Richtige gesetzt. So und jetzt kommt ja der, vielleicht, ich weiß es nicht, kommt der zweite Shutdown, machen die das gleiche dann nochmal. Also allein die haben 219 Milliarden gemacht. Jensi Lein, war ja auch clever, hat sie jetzt eine schöne Villa gekauft für 4,2 Millionen. Ich meine, ich kann darüber nur noch lachen, weil es ist so schwer, Menschen davon zu überzeugen, dass Maske Schwachsinn ist, dass der Virus schon längst über alle Berge ist, ihre positiv getestete, falsch Corona-Infizierte, die gar nicht krank sind. Und es stirbt auch keiner, die Krankenhäuser sind leer. Das Video, das ich gerade geteilt habe, das ist ernsthaft, Leute, die lassen hier Menschen sterben. Da werden Menschen nicht behandelt, obwohl Krankenhäuser leer sind. Also es ist so verrückt, es ist so verrückt. Und die Masse, die will das immer noch nicht sehen. Die wollen das noch nicht sehen, wie wir verarscht, betrogen, beschissen werden. Und ja, unser Geld ist nicht weg. Es hat nur jemand anders. Und das akzeptieren die Menschen auch noch. Da werden Millionen von Menschen ihre Existenz verlieren in den nächsten Monaten. Und die gucken weg, die tun so, als wäre alles normal. Und hier, die sieben Reichständer reichen aber 219 Milliarden gemacht, bedingt durch den ersten Shutdown. Wie viel werde sie am zweiten Shutdown machen? Wie viel wird Bill Gates an der Impfung machen? Leute, was hier abgeht. Aber wir wissen, es dauert nicht mehr lang, denn es gibt einen Gegenspieler, der das alles beobachtet, der 5D-Schach spielt. Und seid froh, dass es den gibt, denn wir werden befreit. Glaubt mir das.